so wie versprochen noch mal meine schnecken zeigen hat sich in einem anderen video darauf steht meiner hat sich verpumpt da gerade eben ja jetzt zeige ich mal meine schnecken die waren die waren eigentlich so gut sie waren sehr klein und jetzt sind die riesen groß geworden also ich sag mal jetzt was die alles essen also ich sag mal jetzt die essen guten karotte kartoffeln tomate weiß ich nicht salat essen mögen die am allermeisten weil ich kein salat mehr habe habe ich jetzt gucken und karotte hier reingetan hier sind die karotten danke für die vier abonnenten das hat mich gefreut also ein bisschen mehr ab ich will einfach mal ein bisschen mehr abonnenten dass ich habe noch nie so viele videos gemacht als wirklich bitte also abonniert bleibt ja jetzt zeige ich mal was ja alles ist also hier drunter ja ich habe hier so ein paar blumen hingetan so deko dann noch mal hier hier sind wir so paar stück gewachsen ja und hier ist eine kleine blume gewachsen cool ja und die haben hier glaube ich ein stück abgenommen hier diese kleinen hier diese kleinen streifen und jetzt gucken wir die mal ein bisschen genauer an ich suche mir jetzt sehr viel ran damit ihr sehr viel seht hier warte ich tue die jetzt mal hier drauf ich weiß nicht dass die rauskommt ich darf die nicht so weit von der sonne lassen hier jetzt schnell zurück hier so oh nein sie hat er hat direkt hier kacka gemacht hier hier ist es ekelig aber heute sieht jetzt wie das aussieht wenn ich einen engen arm machen weg damit ist es ekelig hier ist meine ja das ist meine erste schnecke wie groß die schon geworden ist ach wie herrlich dass sie sehen ist hier ich nehme jetzt sehr viel dran könnt ihr ein bisschen so die haut sehen aber das ist sehr schleimig muss ich sagen aber noch näher hier sieht jetzt ganz genau die ganze streit und hier ist ein bisschen blau ich glaube nicht und hier ist das kleine punkt da wütend da wo die was sehen ich guck mal ich gehe mal näher ran ja ich glaube die könnten jetzt von hier nicht zu sehen weil ich zu viel wackel ach egal ich tu ihn jetzt mal hier so wieder rein am besten da wo die gurken sind weil die essen das doch und hier ist noch mal meine andere ich hab schon wieder kacka gemacht wo machen die immer kacka ja warte äh warte äh warte ich tu das mal weg oh man das klebt voll daran das Papier ach so ich brauch ganz wenig salat übrig zum glück ja ist das noch da wenn alles leer wäre musste ich neues holen oder sonst betont nichts essen außer salat oder die essen schon was anderes glaube meine schnecken essen sowas nicht die mögen was ach warte ist das ein salat hier ist noch ganz wenig von dem salat ja hier ist noch mehr ja was ich zeig euch das mal jetzt ups entschuldigung ich zeig euch das hier nicht sehen könntet hier äh warum geht das nicht so äh hier das ganz kleine stück von salat und hier hier ist noch mal ein bisschen salat hier das war hier so zu ich hab sie aufgekriegt und er rennt jetzt da hin ja und der isst so lange die Gurke auf ja ok das war's ok mhm ja was soll ich denn noch weiter machen hier ich sag mal ja die sind hier auch ein bisschen gewachsen ich hab die jetzt mal genommen ich hoffe die wachsen dann weiter ich mach mal wieder in die stelle ja das war's jetzt schon mal wieder mit dem video wenn es euch gewallen hat das ein daumen hoch wenn nicht abonniert ja bis zum nächsten mal nächsten mal tschüss tschau 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 tschüss ach egal tschüss